Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, meine Freunde, das Feuerwerksverbot steht fest. Frau Merkel hat heute an der Pressekonferenz beschlossen, dass es ein Verkaufsverbot von Feuerwerksartikeln gibt. Sie hat gesagt, der Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester wird diesem Jahr generell verboten und von Zünden des Feuerwerks ist generell dringend abzuraten. Der Hintergrund davon ist die Verletzungsgefahr beim Zünden und die bereits hohe Belastung des Gesundheitssystems. Und das Versammlungsverbot gilt außerdem auch noch. Benutzt wird hier wieder die Aussage, Belastung des Gesundheitssystems. Also das, was eigentlich immer benutzt wird, dass die Betten in den Krankenhaus belegt sind. Das Ganze ist eigentlich auch wieder sehr widersprüchlich, denn eigentlich sind 95% der Verletzungen an Silvester auf Saufen zurückzuführen und nicht auf das Zünden von Feuerwerk. Man merkt also wieder, der Staat übertreibt maßlos. Es gibt nämlich auch diesen Spruch, man soll nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, an den man sich halten muss im Gericht und woran man auch neue Maßnahmen festlegt, verschiedene Gebiete. Und ja, genau daran hält sich der Staat eben nicht. Denn zum Beispiel eine Statistik vom Bundesamt zeigt, dass die Sterbefälle zu den vorherigen Jahren ähnlich sind und somit sind die Maßnahmen eigentlich gar nicht gerechtfertigt. Zudem haben 95% gegen ein Feuerwerksverbot von einer Statistik von wa.de gestimmt. Ist es dann überhaupt noch eine Demokratie? Das ist sogar die absolute Mehrheit und trotzdem gibt es ein Feuerwerksverbot. Der Pyroland-Chef Florian von Bottmer und ich denke auch einige andere Feuerwerksunternehmen gehen damit an die Öffentlichkeit. Denn diese Unternehmen verdienen ihr gesamtes Geld eigentlich nur an den drei Verkaufstagen, wo Feuerwerk verkauft wird. Wenn das also verboten bleibt, können wir damit rechnen, dass vielleicht nächstes Jahr kein Feuerwerk mehr geben wird oder zumindest ein Großteil nicht mehr, weil sie sich eben nichts verdienen können. Und dann kommen noch die Produktionskosten vom Feuerwerk dieses Jahres dazu und von den zähligen danach. Denn die meisten sind schon am Feuerwerksproduzieren von 2020 dabei. Und dazu werden auch noch die Batterien der Hersteller auch meistens schon eineinhalb Jahre vorher geplant, wo dann auch noch mal immense Kosten dazu fallen. Als ob die Wirtschaft in Deutschland noch nicht genug zerstört ist, wird gleich die nächste Branche in den Abgrund gezogen. Außerdem haben sie sich ja nicht mal eine Stunde Zeit genommen, um diese Beschlüsse festzulegen und stürzen da schon eine eine Milliarde schwere Branche in den Untergrund. Glücklicherweise ist das Zünden von Feuerwerk aber nicht richtig verboten. Es hieß ja, man sollte Feuerwerk nicht zünden. Sollte ist kein Verbot, also es ist erlaubt. Wenn man dieses Jahr also wirklich nichts an Feuerwerk kaufen kann, werde ich meine Reste aus den Vorjahren zusammenkramen und diese benutzen. Das Ganze haben sie dann auch wieder nicht richtig bedacht, denn die Geschäfte haben ja auch nur noch bis Mittwoch zu, also die Nicht-Lebensmittel-Geschäfte. Und es gibt aber noch Cut 1 im Laden zu kaufen, also werden wahrscheinlich ein Großteil der Pyros auch noch mal in die Läden gehen und das Cut 1 Feuerwerk leer kaufen. Außerdem werden noch die anderen Personen, die sich nicht für Feuerwerk interessieren, sondern zum Beispiel noch Weihnachtsgeschenke besorgen, sich dann in den Geschäften aufhalten und so viele, wie dann im Geschäft unterwegs sind, ist, denke ich mal, sogar das Infektionsgeschehen dort größer als dann in der Weihnachtszeit. Ein kleiner Geheimtipp von mir aber noch für euch, wenn ihr das Video heute noch gesehen habt, also im Moment kann man noch bei Pyroland, Pyroweb, ETC noch bestellen, aber die Lieferung, ob die ankommen, kann ich euch nicht versichern. Aber es gibt im Verkaufsrecht den Erfüllungsauftrag, also müssten die getätigten Bestellungen noch ankommen. Im Moment wird Pyroland aber noch Bestellungen annehmen, also wenn ihr auf die Seite kommt, bestellt euch so viel ihr könnt und ja, die Bestellungen sollten ausgeliefert werden. Und wenn sie nicht ausgeliefert werden sollen, wo kommen denn die ganzen Auslieferungen hin? Werden die dann einfach in den Wald geschüttet? Was ist da mit der Umwelt? Aber eins kann ich euch sagen, ihr braucht wirklich sehr, sehr viel Glück, um auf die Seite zu kommen. Ich habe es jetzt schon mehrmals versucht und ja, die Seite ist dermaßen überlastet. Ja, wir als Feuerwerkscommunity denke ich, könnten es aber vielleicht sogar noch aufhalten, das Feuerwerksverbot. Ihr müsst einfach das Video verbreiten, ihr müsst Klagen beim Verfassungsgericht einreichen und wer weiß, vielleicht wird es dann doch noch Feuerwerk dieses Jahr zu verkaufen geben. Zusammengefasst kann man also sagen, das Zünden von Feuerwerk wird nicht verboten sein. Man kann uns auch nicht in den Haus halten, denn es gibt immer noch die Grundrechte. Bisher kann man auch noch Feuerwerk bestellen, sollte auch ankommen, aber man weiß nicht, wie lange das noch dauert. In den Geschäften wird es dieses Jahr kein Feuerwerk geben, soweit ich weiß. Ja, wenn ihr auf jeden Fall noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare und ja, liked gerne das Video, dann kommt vielleicht noch ein paar zwei. Ja, weil wir nicht mehr auf jeden Fall noch was sind, Aber wir können noch nicht mehr auf jeden Fall tun, wir lernen, dass es den Preis auch nicht mehr wundet. Und wir können uns auch auf jeden Fall das Jahr wenn es aus der Zeit geht, das Haus nur noch nicht mehr darauf verbreiten. Vielen Dank.